Profitänzerin Christina Luft, 32, setzt ihre Fans und Let's Dance Zuschauer unter Spannung. Ihre vagen Antworten auf Instagram geben nun nämlich Grund zu der Annahme, dass sie 2023 vielleicht kein Teil mehr der Tanzshow auf RTL sein könnte. Let's Dance Christina sorgt auf Instagram für Unsicherheit. Nächstes Jahr ist es endlich wieder soweit. Profitänzer und Promis schwingen das Tanzbein bei Let's Dance. Schon jetzt können die Zuschauer es kaum abwarten, Christina wieder in Aktion so sehen. Seit fünf Jahren ist der Publikumsliebling schon auf der Tanzfläche für RTL unterwegs und bringt so manchen Promis die ersten richtigen Schritte bei. Nun sorgt die Profitänzerin jedoch auf Instagram für Aufruhr. Christina entschied sich nämlich in Form eines kleinen Kuas auf Fragen von ihren Fans einzugehen. Jedoch machen sich ihre Follower aufgrund ihrer Antworten nun Sorgen darüber, ob die 32-Jährige ein Teil der 16. Staffel von Let's Dance sein wird. Let's Dance Christina kann keine Aussagen über nächste Staffel machen. Christinas Follower fragen sie nämlich unter anderem, ob sie schon wisse, welche Promis nächstes Jahr bei Let's Dance tanzen werden. Ich bin da genauso neugierig wie ihr. Zu allen Fragen zu mir und der kommenden Staffel kann ich euch nichts beantworten, aber ich fühle mich geehrt darüber, dass ihr euch auf eine weitere Staffel mit mir freuen würdet, wenn dem so wäre. Oh je, diese unkonkrete Formulierung ist ja mal gar nicht überzeugend. Und als wäre das nicht schon besorgniserregend genug, setzt die Verlobte von Luca Henni noch einen oben drauf. Ein Fan fragt die 32-Jährige nämlich, ob sie trotz all des Positiven in ihrem Leben Angst vor einem Neuanfang hätte. Christina meint dazu, dass sie privat nichts befürchtet, jedoch in Bezug auf ihre Arbeit sagt, sie unsicher. Aber ich hoffe sehr, dass ich beruflich noch weiter durchstarten kann. Das lässt jetzt natürlich viel Platz für Spekulationen. Vielleicht hält die Tänzerin ja auch einfach nur die Spannung aufrecht und möchte nicht zu viel über die neue Staffel vorwegnehmen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass wir auch im nächsten Jahr wieder phänomenale Tanzeinlagen von Christina sehen dürfen. Wir drücken auf jeden Fall die Tänzerin ja auch einfach nur die Tänzerin und die Tänzerin und die Tänzerin und die Tänzerin und die Tänzerin.